Ja, also Ramona Beiß ist mein Name. Ich arbeite in Modulversorgung Mitte. Das ist halt auch ein Logistikzweig, wo wir halt die Schränke auffüllen. Also wir versorgen quasi die Schwestern mit allem, was sie brauchen. Ich bin Dirk Bubamin, arbeite als Krankentransporteur, gelehrter Rettungssanitäter im Krankentransport in Mitte. Mein Name ist Sascha. Ich arbeite im Krankenblatt-Archiv. Ich komme aus dem Bereich Wirtschaftstransport, also CVK. Der Mitarbeiter, der auch bei Wirtschaftstransport und der ist gestellter, der verdient so im Monat so 600 Euro mehr. Und das ohne Weihnachtsgeld, ohne Urlaubsgeld, das hat er ja auch noch. Und der hat 30 Tage, ich habe 26. Das sind diese Zustände. Man merkt halt auch bei uns mal so ein bisschen den Unterschied, wie man behandelt wird auch. Also bei uns auch so Tatsache, dass die halt irgendwie, also bei denen mehr erlaubt ist, sag ich mal, oder mehr durchgehen lassen wird. Und wir, wir sind halt immer so, wenn mal Arbeiten anzumachen sind, die nicht so toll sind, dann sind wir halt halt immer so die ersten, die da angesprochen werden. Dann kommt es ja schon ungerecht behandelt vor, natürlich. Wir wollen gleiche Arbeit für gleiches Geld. Unsere Forderung ist Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, seit 2011. 2011 waren wir drei Monate draußen. Okay, wir sind da ein bisschen weiter gekommen, aber nicht so weit, wie wir es wollten. Aber was sollen wir machen? Wir waren da damals nicht so viel. Wir waren nur 150, 200 Personen. Dann waren wir 2016 noch mal draußen. Da haben wir die 1150, immer so stufenweise. Ist natürlich keine Rede, dass das irgendwie Stufenplan sein soll oder so zu TVÖD. Da ist nichts. Und jetzt sind wir draußen schon für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Im Koalitionsvertrag steht ganz klar drin, wie der Plan sein soll die nächsten Jahre. Kannst du sagen, was da drinsteht? Ja, dass wir zurückgeführt werden unter TVÖD-Niveau. Und bis hierher gibt es keine Beschlusslage im Aufsichtsrat. Und wir sind, wir als Belegschaft, unseren 3000 Mitarbeitern, sind wir ziemlich geplättet. Dass da von der politischen Seite eben sich nichts bewegt. Ich werde mal so sagen, wir waren ja, wo die Linken hier ihren Parteitag hatten am Wochenende, waren wir auch da. Und da haben wir von denen nur Gutes gehört, dass die unter uns stehen. Aber wir sehen nichts. Und das ist halt dann schon einiges an Geld, was da schon da dann uns auch durch die Lappen gegangen ist natürlich, wo wir einfach wieder für ein Apfel und Ei halt immer noch arbeiten. Wir kriegen keinen dazu, irgendwelche Formulare auszuführen oder irgendwas unterschreiben, wo die das, was die sagen, dass sie das bezeugen mit Unterschrift. Aber kriegst du keinen dazu. Im Streik sind wir jetzt zu dem zehnten Tag. Was auf dem Tisch ist, was im Verhandlungstisch ist, sehr wenig. Also da geht es um irgendwelche 300 brutto Einmalzahlungen im Jahr. Und bei Entgelttabellen ist null. Da ist dann Feierabend. Und im Moment kriegen wir den 12,50 Euro Landesmindestlohn. Man hat uns eine Einmalzahlung von 300 Euro, sag ich mal, brutto angeboten. Und im Gegenzug hat man aus wirtschaftlichen Gründen teilweise in den Bereichen in der Logistik diese sogenannte Anwesenheitsprämie um 50 Prozent reduziert. Und wie gesagt, also das ist einfach, sagt man, nur eine Umschichtung. Linke Tasche gebe ich es, rechte Tasche nehme ich es dir wieder. Im Moment, schätzungsweise, wir sind noch in der Urlaubsphase und sehr hohen Krankenstand sind wir zwischen 200 und 300. Schwankt auch immer über 300 Verdi-Mitglieder, die auf der Straße stehen. Leider ist es bei uns ja auch so, dass die jetzt auch nicht mitmachen, die Gestellten, sag ich mal. Und dass es die eigentlich eher stört, dass wir das machen. Ich fände es schön, wenn die natürlich mitmachen würden, dann würde es schneller gehen. Aber bei uns machen ja nicht mal alle von den CFM-Mitarbeitern mit, weil einige Angst haben immer noch um ihren Job oder weil sie eben eine Familie oder weil sie das Geld brauchen. Unser Bereich, also was Wirtschaftstransport betrifft, ist 98 Prozent Gewerkschaftsmitglieder. Und aus dem Grund ist unser Bereich steht. Da sind noch zwei Leute drinnen von 50, die da noch mitmachen. Der Rest ist alles draußen. Und das werden jetzt auch merken, denke ich mal. Die paar Tage, die das jetzt schon läuft, wird es wahrscheinlich Konsequenzen haben schon für den Ablauf. Aber das werden die wieder alles runterspielen. Das war ja damals schon. Von wegen nein, alles gut. Aber eigentlich bricht das schon alles zusammen. Im Moment wird durch Werksverträge, Leiharbeit und Praktikanten ausgeholfen. Selbst die Schwestern sind dabei, ab und zu mal einen Streikbruch zu machen. Aber nur deswegen, weil die Ärzte sie unter Druck setzen, weil die operieren müssen. Ich habe es live erlebt. Ich war letzte Woche vor Ort, wie eine Schwester zum Raucherpilz gekommen ist. Und hat gesagt, die Ärzte setzen uns unter Druck. Die müssen operieren. Die schreien uns auf Station an. Ich habe auch schon angesprochen von einem Chef, wo dann gesagt wurde, ja, überleg mit wem du halt länger klarkommen musst. Ob du dir das halt, also ob du das antun willst, ob du halt bei Verdi bleibst oder ob du lieber an der Charité bleiben willst. Wo ich dachte, ja, ich sage dann im Endeffekt, schmeiß mich raus. Dann will ich dafür auch nicht arbeiten für so einen Betrieb, der mich so behandelt, sage ich mal. Und jetzt vor kurzem haben sie sogar nur in unserem Bereich, nur in CVK, haben sie sogar Go-Mitarbeiter eingesetzt, die unsere Arbeit machen. Na, das ist halt der Wirtschaftstransport im Keller. Da habe ich gehört, dass da irgendwie, weiß ich nicht, mindestens 15, 16 oder 20 Leute halt denen gesagt wurde, sie sind quasi noch angestellt, die dürfen auch nichts machen. Und die Arbeit wurde dann halt von diesem anderen Unternehmen, Go sag ich mal, wurde es dann übernommen, die halt noch weniger kriegen als für 9 Euro noch was unterbezahlt. Die alle, also man will das ja auch nicht fördern, dass dann halt so eine Leute dann noch ausgebeutet werden, die eigentlich für so ein Geld sollten die gar nicht arbeiten, ganz ehrlich. Und das ist halt quasi, wie soll man sagen, die Charité bezahlt jetzt quasi die Wirtschaftstransporteure weiter, bezahlt aber auch noch diese Go-Firma. Na, für uns ist das eine neue Auslagerung. Obwohl wir sehen das als, wie soll ich sagen, Gewerkschaftsarbeit-Hinderung. Also ich persönlich würde jetzt so lange weitermachen, bis es halt eine Lösung gibt. Also ich lasse mich da nicht einschüchtern, weil ich werde einfach gleich behandelt werden. Man will ja auch nicht, dass die dann weniger Urlaub haben. Man will einfach genauso viel wie die haben und auch das gleiche Geld für die gleiche Arbeit. Und natürlich auch in allen Bereichen, nicht von der Mutteversorgung, auch die Reinigungskräfte. Und es wäre auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Mutteversorgungslogistik würde das alles kriegen, aber Reinigung nicht, würde ich weiter streiken, weil es ist ja noch nicht für alle. Das ist genau wie dem Motto, ein Vertrag für alle und fertig. Und vorher würde ich auch nicht aufhören. Völlig egal, was ist, weil ich habe da keine Angst vor und wem.